Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin es in der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einscheidet zu einer neuen Ausgabe. Ich muss mich hier vorab entschuldigen, ich bin doch massiv gesundheitlich stark angeschlagen, weshalb ich jetzt hier sofort loslege mit dem ersten Thema. Und das handelt sich natürlich erstmal um das Thema Lotus, denn hier gab es nämlich einen Nightly-Patch, einen sogenannten Beta-Patch, den man sich jetzt installieren kann. Wenn ihr im offiziellen Lotus-Forum seid, könnt ihr euch in der Gruppe Nightly-Patch eintragen lassen und könnt vorab das neue Update schon mal testen und dementsprechend halt auch schon mal kleines Feedback da lassen. In diesem Nightly-Patch-Update haben wir folgendes drinnen. Als erstes, was wirklich wichtig ist, der Multiplayer ist bis zum öffentlichen Patch nicht möglich, sich mit einer NB-Version auf dem Server einzuloggen. Trotzdem werden Multiplayer-Patch-Notes veröffentlicht. Mit den Tools genauso. Mit der NB-Version erzeugten Content ist für Spieler, die die Public-Version nutzen, nicht verwendbar. Also solltet ihr diesen Nightly-Patch installiert haben, könnt ihr nicht an einem Multiplayer-Spiel beitreten. Dort müsst ihr erst wieder runterpatchen. Hier wurde natürlich folgendes überarbeitet. In der Simulation wurde das Texturenladen komplett überarbeitet. Texturen sollten deutlich ruckelfreier geladen werden und die Speicherauslastung sollte geringer sein, da die Texturen in der Entfernung zunächst in geringerer Auflösung geladen werden. Hier fehlt noch völlig das Feintuning, zum Beispiel, wann Texturen in Virtual-Auflösung geladen werden und wann sie wieder entladen werden. Die besagten Änderungen betrifft noch nicht BMP-Texturen. Das Future ist noch nicht abgeschlossen. In den Optionen findet sich ein Regler zur Reichweitenregulierung. Weiterhin gibt es noch Scriptbearbeitung und separaten Tweets. Ausladeprobleme von Real-Life Koblenz im Singleplayer in Klammern schwarzer Bildschirm behoben, der eventuell auch für Probleme im Multiplayer gesorgt hat. Und Maus-Koordinaten in Scripts von Modulen sind nun verfügbar. Weiterhin gibt es eine ganze Latte Multiplayer-Bugfixes und so weiter und so fort. Könnt ihr euch natürlich dann alles dort auf der Seite durchlesen. Oder ihr pausiert kurz das Video, dann könnt ihr das dementsprechend natürlich auch lesen. Wir finden es eine ganz gute Sache, dass man sowas macht, dass man einen Vorab-Patch hier schon mal veröffentlicht. Kennt man natürlich schon von einigen anderen Simulatoren, die das Ganze schon bereits schon Ewigkeiten so führen. Hier kann man sich dementsprechend nochmal so ein bisschen einschleusen und das Update nochmal zusammen mit der Community bearbeiten. Also wir persönlich finden es eine feine Sache. Tatsächlich muss ich sagen, auch ist das Texturenladen deutlich besser geworden bei mir. Allgemein die Performance durch diesen Patch ist besser geworden. Ich vergleiche immer so ein bisschen die Karte München damit. Wenn München natürlich gut läuft, dann weißt du, es läuft alles perfekt. So hundertprozentig ruckefrei läuft es denn doch nicht. Aber man merkt schon, es ist eine deutliche Steigerung zu führen, wenn man natürlich auf anderen Karten fährt. So diese Mod-Karten zum Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Karte Fink-Dominga nehme oder auch die Berlin M6, lädt das Ganze doch deutlich schneller. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da läuft Lotus natürlich schon mal den richtigen Weg, dort wieder in die Performance zu gehen. Wie gesagt, wie ihr das Ganze installiert, erfahrt ihr denn natürlich auch im Forum. Ich habe überlegt gehabt, ob ich dazu ein Video mache, muss aber sagen, nein, das mache ich nicht, weil man sich sonst nur auf das Video verlässt und das Geschriebene vielleicht eventuell komplett ignoriert. Und dadurch halt der Böse aufstößt, wenn wieder irgendwas nicht funktioniert, habe ich mir das Ganze gespart, darüber ein Video zu machen. Und wie ihr das Ganze installiert, ist wirklich sehr, sehr harmlos. Deswegen lest euch das Ganze da durch, was da drin steht, was passieren kann, warum der Lightly Patch eine Beta ist und so weiter und so fort. Und dann kommt ihr natürlich auch zur Installationsanleitung, wie das Ganze funktioniert. Wir bleiben bei Lotus und zwar gibt es ein Bild, was offiziell veröffentlicht wurde im Lotus Forum. Und zwar sehen wir hier die ersten Fahrzeuge. Und dabei geht man natürlich von den KI-Fahrzeugen aus. Hier ist es natürlich interessant zu sehen, dass wir hier schon eine kleine Ente zu sehen haben, die hier wohl den Straßenpfad folgt. Ja, insgesamt sind es vier an der Zahl. Also man merkt, es geht doch so langsam in diese Richtung. Sobald wir da natürlich mehr von wissen, werden wir euch darüber informieren. Aber es war natürlich mal wichtig, dass wir sowas hier eventuell auch mal sehen. Obwohl man jetzt so mal ein bisschen klageheimlich jetzt auch davon ausgehen könnte, dass man die Ente vielleicht auch selber fahren könnte. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, gehen wir mal zum Trainsim World, denn dort kommt jetzt kommende Woche ein neues Update, ein neuer Teil. Und zwar der Trainsim World Canadian National Oakville Subdivision. Der ist erhältlich ab den 20. Februar und kostet 29,99 Euro. Wenn ihr das Ganze vorab natürlich schon vorbestellt, bezahlt ihr plus 26,99 Euro, könnt ihr euch das Ganze dementsprechend anschauen. Nachdem ja jetzt der Car Train erschienen ist, kommt jetzt also der nächste Trainsim World DLC jetzt für den PC und natürlich auch für die Konsole. Wenn ich das Ganze mal anschauen möchte, der kann sich das Ganze natürlich dementsprechend schon vorbestellen für Trainsim World. Wir gehen natürlich davon aus, dass es wieder eine astreine Umsetzung ist, wie von den letzten DLCs natürlich auch. Und wir haben noch Bad Hügelsdorf 2020, hat weitere Bilder veröffentlicht, die wir hier mal kurz ein Bild davon zumindest mal zeigen wollen. Auf der offiziellen Harlikon-Seite findet ihr natürlich weitere Bilder. Bei der Linie 301 handelt es sich um die Hauptlinie in Omsi 2 Eddon Bad Hügelsdorf 2020. Sie verbindet die Innenstadt mit dem Hauptbahnhof und bietet diverse Umsteigermöglichkeiten zu denen ins Umland führende Linien. In dieser News möchten wir einen Blick auf die Endhaltestelle der 301 in der Innenstadt werfen, den Hildgertplatz. Umgeben ist dieser von dem St. Hildesgert-Klinikum, welches erst kürzlich durch einen modernen Anbau erweitert wurde. Und so weiter und so fort findet ihr natürlich alles auf der Seite von Harlikon. Da könnt ihr euch das Ganze dementsprechend halt anschauen, wie das Ganze aussieht. Wann Bad Hügelsdorf 2020 erscheint, ist auch noch nicht bekannt, aber ich gehe davon aus, allzu lang kann das gar nicht mehr so dauern. Denn so viele Bilder, wie da mittlerweile rausgehauen werden, kann es eigentlich nicht mehr allzu lange dauern. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der News. Es war halt diese Woche ein bisschen wenig los. Ich habe extra alles nochmal durchgeguckt, außer so einzelne Mod-Karten, Mod-Strecken. Für den Train-Simulator habe ich da jetzt bis dato nichts gefunden. Sollte euch irgendwie was aufgefallen sein oder ihr wisst, was vielleicht noch kommt, schreibt es doch unten in die Kommentare rein. Oder ihr habt eventuell ein Projekt, was ihr ankündigen möchtet. Dann nutzt dazu doch diese Gelegenheit und schreibt uns das Ganze über Discord oder einfach über E-Mail. Da sind wir immer zu erreichen. Und ich verabschiede mich jetzt, werde mich jetzt gleich wieder in mein Bettchen legen und meinen Tee trinken. Und wir hören uns dann natürlich nächste Woche zu den nächsten News wieder. Ich verabschiede mich. Bedanke mich, danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.